hallo und herzlich willkommen zurück zu grunde immer hier mal ein bisschen weitermachen würde sich hier anbieten da haben wir nichts mehr ja da oben komme ich halt noch nicht gut ran machen eine ebene nach der anderen verboten habe ich jetzt heute gar keine lust so das hier ist ja dann das ende vom lied die mauer bleibt in dieser höhe ich komme ich noch nicht überall ran geht ein was doch falsch ich sehe jetzt alle da so ne genau hier kommen normale wenn denn also wieso ist dann das hier falsch so meine pilz hat da hinten immer viel zu weit weg ja die fallen jetzt alle ins wasser ok da nicht ran was hat mir gefehlt ein ungerutscht dinge ein einzelner er ist richtig ne ja ok dann kann ich erzählen sehr gut komm lass mich an mindestens mal die zweite ebene hier fertig bekomme von vorne wird man das sehen kann da kann man da kann man dahin so lässt sich einfach viel besser bauen den boden drin ist geht ok das hat so eine mammut aufgabe kann man denn kein kleines birkchen bauen bevor ich den wieder vergesst da liegt ein stein rum jetzt ist es richtig ne ja da ist es richtig da muss ich auch aufpassen dass ich nicht reinfalle hier hinten soll eine normale tür hin ich war stengel dann geht es beim nächsten mal wieder mit stengeln weiter dann könnten wir als nächstes oben lang schon mal ich denn überall herankomme und bitte ja 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 nein ich bin ich bin ich bin ich bin es jetzt noch diese reihe dann haben wir schon die dritte reihe an pilzziegeln verbaut was eine ganze menge ist finde ich jeder nette schwimmen auch jetzt bestimmt eine menge an ziegeln rum werden das sehen so und ich den dann vergessen da komme ich jetzt hier hin ein höher zu bauen ich halte auf die uhr so aber nicht kann schon zeig dich okay das wäre dann der tür hin wenn da ein fenster ist müsste hier das fenster muss hier hin das fenster muss hier nicht hin oder müsste hier hin aber das ist ja ein einzelner raum ganzer raum ja nicht immer zwei hoch hier sind wir schon drei hoch man könnte doch eventuell immer so eine hilfs schanze bauen wird nicht reichen um nicht zu niedrig 1 höher bauen da komme ich doch nie im leben wo da kommt man da hoch und anlauf jetzt sind die ziegel zu weit weg nach menno kommen sehr ziegels da wollte ich gar nicht hin oder ein tiefer hier okay das ist so das ist auf jeden fall zu hoch da noch mal hin so und dann springt ich den vorsprung macht die fertig und schon was mich so jetzt komme ich doch daran gar nicht ja komm ich warte mal wenn ich mich hier drauf stelle vielleicht wäre dann doch viel einfacher da hinzukommen da hinzukommen dann machen wir es wieder mit dem trick da kommt da hin so gleich aufbauen da hinten wird es nicht gehen weil da fehlen wir noch ein paar stengel um das zu machen ja 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 oder stengel fehlen denn sind viele ein fünf stengel aber das ist doch kein ding und stengel richter zusammen oder nicht wie sieht das aus fast wie eine burg warum ist hier was so komisch so weiter ist klar ich verstehe weil ich da schon wenn darauf gesetzt hatte fünf stengel hier kommen ja mehr als fünf raus naja geil dann renne ich halt zweimal oder ich packe es hier drauf geht ja auch und zwar irgendwann ja klar komme ich nämlich den vierer da hinten auch noch mit die beiden vierer schon mal dabei ist ich bin der junior junior aus der sonne ja hier neben überhang geht nur noch dass die in der burg auftauchen irgendwann okay geht ja noch ein vierer ein vierer da ist der vierer der hintere stängel der wächst auch nicht mehr nach der ganz dicke weg der da immer wächst da ist das der da vorne müsste ich mal gucken ich glaube nämlich nicht ok reicht ab nach hause und noch stängelchen weil da fehlt es noch wird so sicher ist sicher was habe ich gesagt das fehlen fünf hier hoch hüpfen und dem ding der hammer in dieser reihe waren nur siegeln ohne also sowas kann man ja mal machen so wenn ich jetzt hier hoch springen wenn ich das bauen weil ich keine ziegel mit da ja ja dennoch hier das macht es doch schon ein bisschen einfacher 0 habe keine pilzziegel mehr nicht euer ernst doch tatsache ich habe keine pilzziegel mehr jetzt habe ich weder welche aber nicht vieles 100 100 pilzziegel verballert sind denn die anderen hingeschwommen da liegen sie da waren es 4 8 müssten 16 seiten theoretisch 3 4 5 6 das andere welcher 8 8 hier sehe ich nicht da gibt es hier auch doch was ich denn da noch rum das war ich noch fertig was guckt denn da hinten raus bestimmten ofen das war sich richtig verwirrend egal das brauche ich noch fertig was gucken da hinten raus auch bestimmten ofen der ofen leuchtet durch die wand irre kann ich darauf hüpfen oh warte dann nehme ich dich doch mit perfekt guckt euch an ein neues baugerüst das wollte ich eigentlich eher nicht ne bitte dich versetzen nicht neu bauen einmal hier in die ecke so ok super das merke ich mir als baugerüst nicht schlechter spreche ich jetzt hin wo warst du und da ne dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen wieder gehabt euch gut und tschüss bis